Wir sind Thermoclon! Wir zeigen dir jetzt den interessantesten Beruf, Konstrukteur. Als Konstrukteur modellieren wir sehr viel im CAD. Wir müssen aber auch sehr viel kommunizieren. Wir haben viele Sitzungen, auch mit anderen Abteilungen. Meistens geht es um Änderungen, die wir an der Maschine vornehmen. Ab und zu machen wir auch neue Entwicklungen. Hauptvoraussetzungen sind ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen und auch schulisch gute Leistungen in der Physik und Mathematik. Aber man muss auch ein Teamplayer sein und gut mit anderen auskommen. Wir arbeiten in einem Grossräumenbüro. Das ist mega gut für den Austausch zwischen den Konstrukteuren. Und es geht mega schnell, bis wir im Labor oder in der Werkstatt sind, um uns auszutauschen mit den Automatikern oder mit Leuten von der Werkstatt. Ich habe immer Vorfreude auf den Lehrlingsausflug, der einmal im Jahr stattfindet und immer Spass gemacht hat. Ich bin sehr schnell aufgenommen worden am Anfang meiner Lehre. Und es ist ein sehr grosses Verständnis füreinander und eine sehr grosse Hilfsbereitschaft. Und wenn ich Fragen habe, kann ich auch problemlos immer fragen. Und ich bekomme auch immer eine gute Antwort. Mein erstes Moment, der mich mit Stolz erfüllt hat, war, als ich meine allererste Änderung abschliessen durfte. Und als ich dann das fertige Produkt meiner Ideen gesehen habe. Als Konstrukteur begleitest du die Entwicklung von Kaffeevollautomaten. Wenn du interessiert bist, bewirre dich doch bei uns. Kaffeevollautomaten Als Ekstinn